Hallo, ich bin Erwin Karow, der neue Geschäftsführer von Strube. Neben mir steht Michael Stange, der neue Leiter der Zuckerrübenzüchtung und Entwicklung. Zusammen wollen wir uns Ihnen vorstellen und eine neue Ära bei Strube einleiten. Wir glauben, dass Unternehmen wandelbar sein müssen. Denn Fortschritt ist der Katalysator, der uns helfen wird, unseren multigenischen Züchtungsansatz voranzubringen und dadurch hochertragsreiche und multitolerante Sorten zu entwickeln. Die stellen wir dann den Landwirten bereit, um den Fortschritt auch den Landwirten zugänglich zu machen. Denn gemeinsam bringen wir die Landwirtschaft voran. Die Zukunft birgt Herausforderungen wie die Bewältigung des Klimawandels, die Zunahme an Pflanzenkrankheiten und streng rechtliche Vorgaben. Wir müssen noch daran besser arbeiten, Fortschriften in der Landwirtschaft zu erzielen, damit auch die kommenden Generationen sichere und bezahlbare Lebensmittel anbauen können. Unsere Vision ist es, noch näher bei Ihnen, den Landwirten und der Verarbeitungsindustrie zu sein und Ihnen das Saatgut zu liefern, mit dem Sie Ihre Erträge verbessern und schützen können. Schließlich ist Ihr Erfolg auch unser Erfolg. Wir vertrauen darauf, dass auch Sie sich hinter unser neues Motto stellen werden. Fortschritt gemeinsam züchten!